Was wäre, wenn Sie den Beitrag Ihrer Autoversicherung aktiv mitgestalten könnten? Was wäre, wenn Sie jemand dabei unterstützt, Ihre Fahrweise zu optimieren und Sie dafür noch belohnt werden? Unsere Telematik-Lösung Generali Mobility macht das möglich. Erleben Sie smarte Versicherungen, sicher fahren und entspannt ankommen. Generali Mobility lohnt sich für jeden, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau. Sie benötigen nur unsere App und Ihr Smartphone. Nichts weiter und ganz einfach. Einsteigen und los geht's. Die App misst Ihr Fahrverhalten und ermittelt einen individuellen Vergleichswert, den Score-Wert. Berücksichtigt werden zum Beispiel Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie Kurvenfahr- und Bremsverhalten. Fahren Sie direkt Ihre Belohnung ein. Jeder zweite Score-Punkt über 60 reduziert die Prämie bis zu 1%. Mit einem sehr guten Fahrverhalten sind dadurch sogar bis zu 20% Nachlass möglich. Natürlich können Sie jederzeit über die App Ihre Daten und Ihren aktuellen Score-Wert einsehen. Zusätzlich erhalten Sie wertvolle Tipps und Feedback zu Ihrem Fahrverhalten, damit Sie noch sicherer unterwegs sind. So sinkt die Prämie wie von alleine. Und sollte doch einmal etwas passieren, sind Sie rundum abgesichert mit unserer attraktiven Kfz-Versicherung. Noch mehr Sicherheit bekommen Sie mit einzigartigen Zusatzbausteinen, wie zum Beispiel mit dem Kfz-Schutzbrief. Nicht zuletzt, Datenschutz wird bei Generali Mobility großgeschrieben. Nicht nur Sie sind sicher unterwegs, auch Ihre Daten. Also, wer sicher fährt, belohnt sich selbst. Generali Mobility Generali Golobility wenigstens J professionally Faltung Psycho